Du willst so sein wie dein Vorbild. Du hast die gleichen Rituale. Du trainierst genauso hart wie dein Idol. Seine Bewegungen sind deine Bewegungen. Denn eines Tages willst du so spielen wie sie. Wenn du so spielen wie dein Idol. Du kannst Brüder sein, du kannst Brüder sein, du kannst du nicht so spielen. Du kannst Brüder sein und du kannst Brüder sein. Du kannst Brüder sein.